Schönen guten Morgen. Ich sehe immer wieder, wie die es funktioniert hier in Mecklenburg-Vorpommern, die Behörden. Man darf ja hier keine Kontakte haben, aber die lasse ich mir halt nicht verbieten. Und was Persönlichkeiten betrifft. Und das wollte ich sagen. Also man sieht mal wieder, wie die Behörden arbeiten. Also dieses Mädchen, wo ich euch mal erzählt habe, die entbunden hat, die hat bis jetzt noch kein Kindergeld und kein Elternschaftsgeld. Man bekommt ja Elterngeld und man bekommt ja Kindergeld. Er hat auch keine Überbrückung. Der Freund, der wurde gekündigt wegen Corona und die beiden stehen jetzt da vollkommen alleine da. Und ich habe da eine Mutti oder eine Oma, sage ich mal so, die da Riesenprobleme hat, auch mit dem Kleinen, der geboren wurde, weil er Schreikind ist. Ich werde heute ihr mal was geben von Hämopathie, was erzählen. Weil ich habe das bei meinem Kind auch gemacht mit Globalis. Mein Kind war nie ein Schreikind. Die wurde auch eingepuckt nach der Geburt. Ich weiß nicht, ob ihr das Kind einpucken. Das hat mir meine Hebamme gezeigt. Und dann wird das Kind so eingepuckt, so richtig eingemummelt, als wenn es noch im Bauch so drin ist. Und dann fühlen die sich viel wohler, als wenn die da sich freistrampeln und dieses und jenes. Dadurch werden das nämlich Schreikinder. Das wissen nämlich natürlich die Behörden nicht und auch die komischen Hilfen nicht, weil die nur auf sich besonnen sind, sage ich mal so. Und nicht auf das, was wirklich wichtig ist fürs Kind. Das ist meine Meinung, das sage ich jetzt so. Auch meine Erfahrung. Es gibt auch positive, aber es gibt auch sehr negative Erfahrungen. Und ja, ich halte von Mecklenburger Hilfen überhaupt nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die dir gar nicht helfen. Das Problem ist jetzt auch, nochmal das zu erklären. Sie versucht jetzt da ewig anzurufen bei dieser Kindergeldstelle und sie bekommt da keinen. Wir haben ja bestimmte Öffnungszeiten. Und nun ist die Mutter hingefahren und es hat auch angerufen. Und die Mutter ist jetzt so, die Oma, also die ist jetzt so lieb und hat ihr Geld gebracht, sage ich mal so. Damit sie überhaupt über die Runden kommt. Und ich habe aber der Oma auch gesagt, sie kann nicht immer in das Kind reinstecken. Das geht auch nicht. Ich meine, wenn man ein Kind kriegt, dann weiß man vorher, worauf man sich einlässt, würde ich mal so dazu sagen. Und der Sex macht ja immer toll Spaß, aber das ist eben halt so passiert. Sie durfte auch keine Pille nehmen und was weiß ich nicht alles. Und ja, das kann eben jedem passieren. Aber man hat eben eine Riesenverantwortung fürs Kind. Und das ein ganzes Leben jagen, sage ich mal so. Außer wenn sie nachher volljährig werden und dann vielleicht doch auf die schiefe Bahn kommen und meinen, sie müssen Drogen nehmen oder andere Sachen und ihre Mutter dann fertig machen und kaputt machen. Das finde ich natürlich dann auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da habe ich auch, ja, da müssen sie ihren eigenen Weg gehen. Das ist meine Meinung. Wenn sie meinen, sie müssen Drogen nehmen und sie müssen mit den Konsorten zusammenhängen und sie müssen schlechten Umgang haben, dann bitteschön. Ja, dann ist es eben so. Und, ähm, aber bei ihr ist es nicht so. Bei ihr ist es einfach, sie hat Geldschwierigkeiten, weil die Behörden nicht zahlen und weil sie da keinen erreichen. Und das finde ich traurig und beschämend. Und ich werde jetzt erstmal der Oma helfen, weil die demnächst den Kleinen wohl hat, dass sie mit Globulis da dran arbeitet. Ich werde ihr auch das Buch zeigen. Ich werde ihr zeigen, was sie da machen kann, damit sie da keine Angst haben braucht. Weil ich sage euch, meine Entbindung, ne? Meine Wehen, wisst ihr, wie die eingesetzt haben? Mit Globulis. Ich habe ein paar Tage vorher immer zwei Globulis genommen. Meine Hebamme hat gesagt, du pass auf, am Sonntag bekommst du das Kind. Nee, sag ich, das ist dein Ernst. Du wirst sehen. Und ich habe die Globulis genommen. So. Und dann kam es, dann war es soweit. Und das war Sonntag. Und ich sage, was habe ich denn hier, hat gerade telefoniert. Ich sage, habe ich wehen? Ja, und das waren wirklich wehen. Und, ja, und dann hat mich bloß noch meine Hebamme abgeholt, ne? Ich hatte ja eine Beleghebamme auf sechs Wochen und auch noch danach hatte ich sie. Und das fand ich super toll. Sie hat da zwar auch eine Hebamme, aber ich weiß nicht, was das hier für Hebammen sind. Also ich vertraue denen nicht. Wenn ich das gehört habe, was da am Krankenhaus passiert ist, da mit der Geburt da und dann das. Und dieses Mädchen hat schon psychische Probleme, ist schon angeknackst, hat schon eine Menge erlebt. Kinn verloren und dieses und jenes. Und dann muss man nicht so mit den Menschen umgehen. Ob Corona-Zeit ist oder nicht. Aber da fehlt mir irgendwo die Menschlichkeit. Und die fehlt hier gravierend. Die fehlt hier sehr gravierend. Eigentlich hat man hier nur noch Tränen in den Augen. Und ich bin ja gespannt, was das am Montag wird, ob das wieder dran steht, ob wir alle Körbe nehmen müssen. Weil jetzt darf man ja wieder mit die Taschen einkaufen gehen und ohne Korb. Aber das muss ja dann wieder herangeschrieben werden, sonst weiß das ja keiner. Normal. habe ich auch eine Information bekommen. Also da ist sogar ein Schrieb rausgekommen mit diesen Klarsicht-Dinger, die man um den Kopf hat, sag ich mal so. Oder als Schutz für Corona. Das ist wohl doch nicht so. Da gab es wohl einen Brief jetzt. Ja, ich bitte alle, sich da drauf vielleicht zu informieren. Nicht, dass sie dann irgendwann Ärger bekommen von irgendwelchen Leuten und die sagen, na, die darfst du gar nicht tragen. Weil das ist nicht gut. Das hält nicht den Corona ab oder die Grippe. Ja, so ist das. So, jetzt werde ich ihr erst mal das zeigen, was sie da nehmen kann für den Kleinen als Schreikind. Es gibt bestimmte Sachen. Es gibt zum Beispiel das Nux Formica, wenn man fiebrige Erkältungen hat. Nux Formica kann man für viele Sachen nehmen. Das kann man für Schnupfen, für Husten, für viele Sachen. Das ist eben das Schöne an die Globulis, dass man die für mehrere Sachen nehmen kann. Und das, was ich ihr jetzt gebe, das ist für Zahnung, wenn die Zähnchen kommen, wenn sie Bauchkrämpfe haben. Und weil das ist ja auch, wenn sie noch trinken, wenn sie noch ganz klein sind, haben sie auch diese Bauchkrämpfe. Und also ich wurde da super gut beraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte von Anfang an einen Hämopathen, außer wo ich hierher gezogen bin. Da gab es Riesenprobleme, da gab es keine Hämopathen. Aber ich hatte von Anfang an einen Hämopathen und das war super gewesen. Ich halte sehr viel auf Hämopathie und auf Globulis, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr als auf diese anderen Medikamente. Ja, ist so. Und für Kinder sowieso. Ich finde, wenn die dann was haben mit Schmerzen oder so, das ist sowieso nicht so gut. Wenn die dann schon so starke Schmerzmittel nehmen. Meine hat zum Beispiel jetzt immer diese Fußschmerzen. Die röntgen auch den Fuß nicht. Die sagen eben halt, das ist jetzt der Knick- und Senkfuß und wie sie halt läuft. Und das muss ich jetzt erstmal wieder einstellen, eben dann durch die Einlagen. Wir waren vor einem halben Jahr da, da war noch nichts. Und jetzt auf einmal hat das angefangen, weil der Fuß eben gewachsen ist und hat sich dann eben so verstellen. Deswegen humpeln vielleicht auch manche Kinder. Sollte man mal drauf achten. So, ich habe jetzt zu tun. Ich werde ihr jetzt das rüberbringen, damit sie da ihren Enkel helfen kann, weil der nachts nur schreit und das Mädchen, das ihn anbunden hat, die hat schon keine Nerven mehr, weil sie nicht mehr zur Ruhe kommt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.